Video-Demo der Tutemo AG Use Case 3 Audit Trail Peggy ist eine Administratorin, deren Aufgabe es ist, den Audit Trail der Nachricht von Alice & Bob zu prüfen. In diesem Anwendungsfall zeigen wir, auf welche Log-Informationen Peggy mithilfe der Management-Konsole von Tutemo Mail zugreifen kann. Außerdem zeigen wir, welche Möglichkeiten Peggy hat, einen Bericht mit dem Audit Trail zu generieren. Tutemo Mail bietet ein Webportal, über das Administratoren die Lösung verwalten können. Der Zugriff ist nur nach Authentisierung möglich. Dafür steht eine große Auswahl an Authentisierungsmethoden zur Verfügung, zum Beispiel Nutzername und Passwort, Mobile TAN, Zertifikatsbasierte Anmeldung, Active Directory Login oder andere Single Sign-On-Lösungen auf Basis von SAML 2.0. Nach dem Login sieht Peggy ein Dashboard, das ihr anhand wichtiger Informationen einen Überblick über den aktuellen Zustand des Systems gibt. Da Peggy den Audit Trail für die E-Mail von Alice prüfen soll, navigiert sie zum Tracking Center. Es handelt sich um ein mächtiges Tool, mit dem autorisierte Administratoren alle E-Mails finden und rückverfolgen können, die von Tutemo Mail bearbeitet wurden. Peggy kann auf verschiedene Filtermöglichkeiten zugreifen und nach allen Metainformationen filtern. Dazu zählen Sender, Empfänger, Betreff und Zeitpunkt des Versands. Peggy wird eine Liste passender E-Mails angezeigt. Wenn Sie auf Details klickt, sieht sie den Audit Trail der jeweiligen Nachricht. Im Detail sieht Peggy, wann die E-Mail angekommen ist. Welche Schritte Bob im Rahmen der Registrierung absolviert hat. Wann Bob erfolgreich auf die E-Mail zugegriffen hat. Wann Alice die Nachricht zurückgerufen und damit ungültig gemacht hat. Und wann Bob versucht hat, auf die ungültige Nachricht zuzugreifen. Use Case 3 Reporting Jetzt schauen wir, wie Peggy Berichte erstellen kann. Mithilfe von Tutemo Mail lassen sich viele verschiedene Arten von Berichten generieren. Peggy kann alle Tracking-Informationen exportieren, die sie sich zuvor angesehen hat. Als Exportformate stehen XML, CSV und PDF zur Verfügung. Neben Berichten mit Tracking-Informationen kann Peggy verschiedene Berichte über den Systemzustand generieren. Diese werden unter dem Menüpunkt Reports definiert. Berichte können zu vorgesehenen Terminen erstellt werden. Der Versand erfolgt dann automatisch an Peggy via E-Mail. Natürlich können die Berichte auch jederzeit auf Knopfdruck erstellt und exportiert werden. Unterstützte Formate sind CSV und PDF. Tutemo Mail kann verschiedene Arten von Berichten generieren. Berichte, die sich auf bestimmte Verschlüsselungstechnologie beziehen, enthalten Informationen über die ein- und ausgehenden Nachrichten, die mit der jeweiligen Verschlüsselungstechnologie fair oder entschlüsselt werden. Die Informationen stehen als Rohdaten zur Verfügung, können aber auch nach Nutzern interner oder externer Domain gruppiert werden. Nutzerberichte enthalten Informationen über interne Nutzer und externe Empfänger, wie den Nutzerstatus, das Registrierungsdatum, den Nutzertyp und die Größe des in Webmail benötigten Speicherplatzes. Außerdem gibt es Berichte mit Informationen über die Anzahl genutzter oder noch freier Nutzerlizenzen, S-MIME-Zertifikate und OpenPGP-Schlüssel. Gucken wir uns nun den Service Provided Report genauer an. Er gibt einen Überblick über die Dienste, die innerhalb einer bestimmten Zeit geleistet wurden und enthält Informationen über die Anzahl bestehender und neu angelegter Nutzer sowie die Anzahl signierter oder verschlüsselter E-Mails. S-MIME-Zertifikate und Planungen Ley keyboard vonодkntnkind chanting Untertitelung des ZDF, 2020